und damit ist die neue season da wir haben wieder eine zweite marvel season bekommen und wir beginnen direkt mit quenpool dem jetzigen level 1 gehen deshalb gehen wir zu dem ersten so im raft gefändnis das raft gefändnis ist ja ja das alcatraz vom marvel universum es hier wer ist der da ok oh god da ist er mal frost habe ich da jetzt erst gesehen dann werden wir es mal probieren alle ds in ihrer eisform woa hä jawoll da kam doch der ich habe die snort hier so was von geklirrt besseres captain america gameplay wie marvels avengers lul na das ist das bruder sowas ist dann halt wieder hohensohn nein nein ach schmutz hat der iron patriot anzug den hat man jetzt in den filmen nur in iron man 3 gesehen das hat er richtig gut aus fand ich danach wurde er wieder zu war machine also mit seiner grauen rüstung ähm und dann hat man die iron patriot rüstung nochmal gesehen im finalen kampf von avengers endgame nachdem die eine war machine rüstung kaputt gegangen ist hat er dann eine iron patriot rüstung getragen wird die so ansozial so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Digga, den hol ich da jetzt persönlich da runter. Oh shit. Yo, okay. Aber dann halt einfach Gott.